Hallo, mein Name ist Patrick Berger. Ich bin 34 Jahre alt, lebe seit zehn Jahren in Wien, bin sportlich aktiver Rollstuhlfahrer, seit 22 Jahren nach einer Gehirn- und Rückmarktsentzündung Querschnitt gelebt. Ich habe unzählige Sportarten gemacht, von Rugby bis Skialpin, zum Teil auf internationalem Wettkampfniveau. Generell ist Sport mein Leben und ich bin immer in Bewegung, weil es einfach sehr viel Spaß macht. Ich brauche nicht viel, um mit dem Rollstuhl gut unterwegs sein zu können. Natürlich, je glatter der Boden ist, je weniger Stufen es gibt, umso besser ist es, aber mit Technik und mit Training ist sehr viel möglich. Es hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viele Entwicklungen, Innovationen gegeben, die Mobilität und Barrierefreiheit erleichtern. Gleichzeitig wünsche ich mir für die Zukunft, dass es mit Innovationen, mit Techniken von den Ingenieuren weitergeht, dass neue Möglichkeiten geschaffen werden, um Mobilität zu erleichtern und Barrieren abzubauen. Mit den Verkehrsmitteln in meiner Stadt komme ich sehr gut zurecht, aber ich kenne sehr viele Städte, sehr viele verschiedene Verkehrsmittel, wo man mit dem Rollstuhl ansteht, wo man einfach nicht weiterkommt und es hier dann sehr umständlich ist, von A nach B zu kommen. Mein Name ist Paul Hofbauer, ich bin Produktmanager bei Lieper Transportation Systems, bin seit 2010 bei der Firma Lieper angestellt und bin Produktmanager hauptsächlich und in erster Linie für die hydraulischen Produkte im Transportation Bereich. Sie haben bei uns heute Leveling-Systeme gesehen. Leveling-Systeme werden in Schienenfahrzeugen verbaut, welche den Warenkasten exakt an die Bahnsteigkante angleichen, um den Ein- und den Ausstieg für Leute mit einem Rollstuhl oder Leute mit Kinderwagen oder mit schwerem Gepäck zu ermöglichen. Ein Leveling-System besteht aus einem Leveling-Aktuator, also einem hydraulischen Zylinder, der den Waren heben oder senken kann. Ich brauche dazu eine Pumpeinheit, der mir auch dementsprechend den Druck aufbauen kann. Dazu brauche ich dann auch eine Höhenmesseinrichtung, damit ich auch weiß, wo das System steht. Und das Ganze wird natürlich von einem Controller kontrolliert, der dementsprechend die Pumpe aktiviert, Öl ablässt, den Waren senkt oder Öl in den Aktuator pumpt, den Waren wieder hebt, auf den dementsprechenden Sollwert, wo er auch hin muss. Unsere Leveling-Systeme sind erfolgreich im Betrieb und am Markt in Amerika und wir sehen hier auch großes Potenzial, auch Menschen in Europa mit unserem Leveling-System zu helfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal. Det Sims role. Mal. Mal.